So, auf in den Schmatzwald, eine Bolle-Einheit vor dem Arbeiten. Ich bin nur noch früh um 6 Uhr losgefahren, das ist dann bei Ankunft kurz nach 9. Das heißt, ich habe noch gut Zeit, dass ich dann zurückfahre nach Stuttgart und einen Kurs gebe. So, jetzt sind wir gut angekommen. Es gibt jetzt mal noch einen Café, da machen wir noch einen Tee für unterwegs. Dann geht es los, das Wetter ist super cool, Frost draußen, ein bisschen Schnee. Dann geht es los, das Wetter ist super cool. So, jetzt geht es los, das Wetter ist super cool. Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Das ist sehr wichtig! Ja, komm, schnauf. Bisschen höher. Ah, das gibt es doch nicht, ey! Mann! Ach komm, ey! Boulder Nummer 2 geht leider nicht. Eingeist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab heut keine Kraftflugher. Ja, das ist gut. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's für heute. 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 Ich bin gespannt, ob ich da morgen bouldern kann. Es ist ganz schön am Regnen. Also mit dem Dach läuft's irgendwie nicht so richtig gut. Irgendwie jetzt viermal am letzten Zug gefallen und heute schaut's echt ganz schön nass aus. Also es ist nicht klatschnass, aber es ist feucht und es ist Sandstein. Das machen wir mal lieber nicht. Ja, kann halt auch dazu zum Bouldern. Schauen wir mal, vielleicht geht die Traverse da um die Ecke. Okay. 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 Vielen Dank.